Ich bin der Chris, verantwortlich hier für das Lichtdesign auf der Airbit One 2023 für die Igel, die Arena, den Terminal Floor und hier die Main Stage. Wir benutzen vor Ort das Riedel Kommunikationssystem, das Riedel Intercom System. Wir haben durch das System enorme Vorteile. Wir können kabellos mit allen Gewerken kommunizieren, können uns auf dem Platz frei bewegen. Wir haben stetig eine gute Verbindung zu Außengewerkungen, die sich nicht direkt an unserem Arbeitsplatz befinden. Zudem bietet das System eine enorm gute Soundqualität und vor allem Noise Cancelling, was das Arbeiten unter großen Lautstärken, wie wir es als Operator natürlich mehrere Stunden täglich machen, enorm vereinfacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017